Hallo, schön, dass du reingeklickt hast. Ich bin der Dominik und ich freue mich ganz kurz das Projekt der modulare Schreibtisch der Zukunft vorzustellen. Zusammen im Team von sieben Personen hatten wir die Idee, einen Schreibtisch zu entwickeln, der den Anforderungen der Zukunft entspricht. An der dualen Hochschule in Karlsruhe haben wir die Möglichkeit, im Rahmen einer Lehrveranstaltung ein Produkt zu entwickeln. Unsere Idee war es, einen Schreibtisch zu entwickeln. Wir haben erkannt, dass in der heutigen Arbeitswelt der Schreibtisch einige Optimierungspunkte bietet. Wir haben Marktforschung durchgeführt und dadurch erkannt, welche Funktionen der Schreibtisch dem Anbender bieten sollte. Unsere aktuelle Phase, wir sind momentan in der Planungsphase, in der technischen Planungsphase und wissen nun, welche Funktionen in den Schreibtisch eingebaut werden müssen. Dazu gehören beispielsweise eine Höhenverstellbarkeit, elektrisch natürlich, einen schwenkbaren Monitor, eine induktive Ladefläche für Smartphones und zum Beispiel auch eine Tischlampe, die sich dem Biorhythmus des Anwenders anpasst. Wir möchten aus der Planungsphase herausgehen und in die Umsetzung einsteigen. Dazu brauchen wir jedoch finanzielle Unterstützung, da wir die Materialien selbst finanzieren müssen. Wir brauchen finanzielle Unterstützung und damit deine Unterstützung. Weiter Informationen zum ganzen Projekt, der modulare Schreibtisch findest du auch weiter unten in unserem Link zu unserer Facebook-Seite und zur Homepage. Wir würden uns freuen, wenn du uns unterstützt. Vielen Dank im Voraus.